Jesus über das Fasten, ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Wenn du für Gott auf etwas verzichtest, dann zeig nicht allen, wie schlecht es dir geht. Es geht nicht darum, vor den Menschen besonders religiös zu wirken. Mach es heimlich, ohne dass es jemand erfährt. Gott sieht es und wird dich dafür belohnen. Gott sieht es und wird dich dafür belohnen.